das ist doch geil hier mittels lag x hey nicht zu schneller raten nicht zu schneller raten nicht zu schneller raten ich wollte doch die augen zeichnen so ich hätte sauer linie What the fuck? Da gibt es wirklich eine Linie. So. Der tut tauchen. Nee. Ertrinken. Ja, er trinkt die ganze Familie. Vielleicht sind die in den Ferien. Nee, Ferien. Oder auch im Urlaub. Am Strand. Da tun sie schwimmen. Nee, Schwimmbadwinscher. Nee, nee. Das wäre jetzt auch nur die Verwandtschaft. Was weiß ich. Sterben. Nationalmannschaft. Vielleicht ist er ja Single, der da hinten. Keine Ahnung. Um was bezieht sich das? Zu. Zusammeln. Zuschauer. What the? Zustand, ja. So, Wolf. Jetzt mal wieder was, was ich erkennen kann. So. ist das das Ende der Welt? Das ist ein Tisch. Oder ein Haus. Dach. Äh. Blut da. Hier war das eine Tür. Kino, Dach, Tür. Haustür, Fenster, Uhr. Das ist eine Schule. Äh. Feuerwehr. Ah, Schulhaus. Ah, warum geht Schule nicht? Ah, what the fuck? Ah, ich will auch noch über die 10.000. Ah. So, aber ich glaube, jetzt ist Schluss. Ha, ha, ha. What the fuck? So, ja, was soll ich hier? YouTube grüßen. Äh. Der macht hier voll Werbung. Schleichwerbung. So. Das war echt geil. What? Zelda ist ein Abenteurer. Abenteurer. Ja, Abenteurer. Ja, Abenteurer. Ich kann nicht mehr schreiben. Teurer. So. Abenteurer. Abenteurer. So, ja, habe ich ja raten. Ja, und ich bin über den 10.000. Ha, 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 ha. Yes. Ich habe es doch noch geschafft. Hu, ha, ha. Ha, 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 ha. So, jetzt aber. Zieh. Zieh hin. Oh, gut. So, lass mich auch noch mal. Lass mich auch noch mal. Das ist eine Kirsche. Das ist eine Kirsche. Oder Kirschen. Ja, hu, ha, ha. Und sogar der Wolf noch mal überholt. Ja, ha, 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 ha. Das Wort heißt Lauf. So, ich bedanke mich auch noch mal. So, danke, Herr Wolf. Und jetzt zeichne ich noch mal. Ähm. Nee, 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 nee. Das ist total scheiße. Ähm. So, jetzt aber. Der läuft ganz schnell hier. Und, ja, aber jetzt ist eh vorbei. So, der. Lauf. Ach, der. Ich schreibe es doch mal. Äh. Ja. Ich mache das noch fertig. Dann ist mein Let's Play vorbei. Lau. Jawohl. So, gut. Damit habe ich es. Äh. Ist es vorbei. Und ich wünsche euch noch. Schönen Abend. Tag. Weiß was auch immer. Wo ihr eben gerade seid. Und ich wünsche. Ja. Nee, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich. Vielleicht macht ihr wieder mal sowas. Aber. Wenn, dann versuche ich hier auf jeden Fall dabei zu sein. Ihr seid dann sowieso wieder mit dabei. Und. Ja. Dann kann ich nur noch sagen. Danke fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Ciao.